Und wir haben hier, da ist sich Natalia, oh mein Gott, da ist sich Natalia. So Leute, da sind wir beim neuen Video und zwar ein Opening und ihr hört es, ich bin ein bisschen nasal, ich bin ein bisschen krank. Aber das sind die Pioneer Challenge Ecks, ich habe sie endlich in die Finger bekommen und ich kann es gar nicht erwarten, sie aufzumachen für euch. Und ja, ich muss mein Handy laut losstellen, das habe ich damit auch gemacht. Und ja, ich hoffe, ihr kennt die Decks noch nicht, wenn doch, ihr guckt es euch trotzdem an, um meine Meinung zu den Necks zu hören. Und Pioneer ist jetzt nicht so das Format, in dem ich zu Hause bin, aber ich besitze ein Pioneer Deck, und zwar das BW Humans, was es auch als Deck gibt, was ich mir noch nicht gekauft habe, weil ich habe es schon. Und hier das Pioneer Deck, das Demail Control, konnte ich wieder für einen Abonnenten kaufen, vielen Dank dafür. Und konnte es mir dann zuschicken, dementsprechend mache ich das auf. Ich habe auch selber noch das Phoenix mir geholt, weil ich das ganz gerne hätte. Und das gucken wir uns auch noch an, aber das Pioneer Demail Control, das kann ich dann wenigstens weiterschieben. Immerhin. Und ja, gucken wir uns an, was wir drin haben. Machita, Machita. Spells resolve only because you let them. Wow. Wow. Danke, danke dafür. Machen wir mal auf, gucken wir, was wir hier drin haben. Die Challenger Decks sind immer gleich, und die Listen sind schon länger bekannt, und sie wurden ja auch noch verschoben, aber ich finde sie wirklich cool. Ich mag Challenger Decks, ich mag vor allem Pioneer Challenger Decks, weil sie länger im Format bleiben, als die Standard Challenger Decks. Und hierbei ist es so, dass jetzt zum Beispiel auch das Blue Black, ist jetzt kein Metagame Deck, aber das soll mit dem Standard Deck, welches ich euch gar nicht so lange her gezeigt habe, irgendwie kombinierbar sein. Und deshalb gibt es auch das Rot-Grüne, das Rot-Grüne mache ich genauso wenig auf, weil ich habe auch dafür keine Verwendung. Ja, und dementsprechend passiert das. Gucken wir uns mal an, was haben wir hier, wir haben Pioneer, what is Pioneer, looking for a new deck, genau. Demail Control, All of Humans, Izet Phoenix und Groove Zombie. Das sind zwei richtige Pioneer Decks, die sind halt angelehnt darauf, dass man die anderen Decks da rein involven kann. Und wir haben hier, da ist es Natalia. Oh mein Gott, das ist Natalia. Ja, das werde ich vielleicht sogar behalten. Gucken wir uns mal an, was wir so haben. Wir haben mehrere Päckchen, wir haben echt viele Päckchen. So viel zu Papier sparen. Hauptsache hier Plastik sparen und hier dann nicht mehr. Danke dafür. Aber wir haben hier auch eine neue Verpackung. Das wirkt komisch. Hier sind wahrscheinlich Tokens drin, würde schon ausgehen. Ein Shark-Token, 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 ein Shark-Token. Okay. Dann ein paar Flipkarten aus verschiedensten Editionen. FOW, 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 alle aus FOW. Und ja. Haben wir das? Wieder kein Code für Explorer oder Ähnliches. Sideworld. Vertane Chance. Gucken wir uns das Mainboard an. Gucken wir einfach das Mainboard an. Das Mainboard ist viel cooler als das Sideboard. Ah, hier. Hier. Da ist sogar so ein Pult. Oh mein Gott. Komme ich da dran? Wird es das mal sein, dass ich das mit einem Mal richtig abbekomme? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie großartig. Wie immer bei diesen Decks, ich gehe so ein bisschen auf die Rares ein, auf die Mythics, zeige euch so ein bisschen was, was die allgemeine Strategie ist. Und die sehen sehr clean gecuttet aus. Aber hier ist irgendwie eine, ist das eine Vollkarte? Ne, ist es nicht. Naja. Sehr schön gecuttet aus und wirken sehr smooth. Sind die, sind die in, wo sind die denn geprintet? Die sind geprintet in Japan. Deswegen fühlen die sich an. Nicht in Amerika. Danke dafür. Wir haben einen Torrential Gearhulk. 6 Mana, 5, 6 Flash. Wenn der Entspielfeld kommt, kasten wir den Insel oder Sorcery aus dem Friedhof, ohne die Mannerkosten zu bezahlen. Und danach wird das Ding exiled, was sehr, sehr gut ist. Wir haben zwei davon. Ich habe die Deckliste schon nicht mehr im Kopf. Dann Temple of Deceit. Blau, schwarzer Tempel. Kommt getapptes Spiel. Gibt uns ein Scry. Hoffentlich Playset. Playset. Drowned Catacombs. Kommt enttapptes Spiel, wenn wir eine Insel oder einen Sumpf kontrollieren. Macht Ding und Ding. Oh, Watery Graves. Stimmt, hier waren Schockländer drin. Oh mein Gott, hier waren Schockländer drin. Ich brauche noch Watery Graves. Drei Stück. Kommt enttapptes Spiel, wenn man zwei Leben bezahlt. Ist halt ein Schockland. Dick Fruit Time. Auch eine gute Karte. Zwei blaue und sechs Farblose mit Delph. Wir gucken obersten sieben Karten. Und das Decksteil nimmt zwei davon auf die Hand. Und den Rest legen wir unter die Bibliothek. Früher ein Legacy. Ein richtig cooler Staple. Bis es gebannt wurde. Auch in Modern ein richtig cooler Staple. Bis es gebannt wurde. Mal gucken, wie lange es hier hält. Dann haben wir Shark Diffun. Auch eine Karte, die übrigens mit Dick Fruit Time richtig sick kommt. Weil diese Mana Kosten da oben passiert nicht drauf. Shark Diffun. Sechs Mana Enchantment. Immer wenn wir nicht Kreaturenzaubers spielen, kriegen wir einen XX blauen Shark Token. Wobei X die irgendwann Mana Kosten sind. Und wir können das Ding auch cyclen. Für ein blaues, ein farbloses und X. Und dann auch ein XX Shark machen. Und dafür eine Karte ziehen. Die machen wir dann halt nur einmal. Und ansonsten machen wir die halt ganz, ganz oft. Ich hoffe, man sieht die überhaupt. Und man kann die erkennen, die Karten. Ich habe das Gefühl, es ist alles ein bisschen hell hier. Dann haben wir Extinction Event. Für vier Mana Source. Die suchen wir Odd oder Even. Und danach zerstören wir alle Kreaturen mit dem Mana Value. Odd oder Even. Zero ist Even. Es ist ein Maßenzerstörer. Murderous Rider. Drei Mana, zwei, drei. Wie viele Rares sind hier drin? Drei Mana, zwei, drei. Live Link. Wenn der stirbt, legen wir den unter das Deck. Und für drei Mana zerstören wir einen Planeswalker. Und ficken wir ihn auf einen Inventor oder eine Kreatur. Und wir verlieren zwei Leben. Auf Adventure schicken. Sehr cool. Drown the Logs. Ein guter Counter oder Removal. Field of the Dead ist einfach ein... Field of the Dead in einem Control Deck. Strange. Zensor ist eine coole Karte. Einfach nur zum Haben. Sinistens Sabotage. Gute Karte. Fatal Push. Playstate Fatal Push. Da hatten die Leute früher für gemordet. Was ist das denn? Was ist das denn? Also das finde ich krass. Mystical Dispute. Eine. Zwei Nase. Pattern of Wales. Der kriegt jetzt einen Ziglare Reprint. Aber auch hier sehr, sehr gute Karte, die halt vorne drauf ist, die aber glaube ich in ein paar Hunde gar nicht gespielt wird. Heartless Act. Zerstörende Kreaturen ohne Counter. Auch sehr gut. Negate. Consider. Ein Playset Consider. Das. Was? Auch hier wieder. Zwei Euro ungefähr. 50 Cent pro Karte bestimmt. Krass. Und dann Inseln und Sümpfe aus Dominaria United. Not bad. Finde ich sehr cool. Also das Mainboard gefällt mir sehr gut als Kontrollsteck. Es ist zwar ein Blau-Schwarz-Decks. Erinnert mich eher an einen Grixis-Controlhaufen. Also gerade mit den Kreaturen, mit den Removalen, dann den Shark-Typhoon droppen und vielleicht ein, zwei Trental-Gear-Hulks für noch ein weiteres Raussuchen von Dick-Through-Time oder ein weiterer Contra und dann damit finischen. Erinnert mich eher an einen Grixis-Style. Also eher ein weniger S-Bar oder so. Sondern eher so Grixis mit auch vielleicht Rot drin. Und ja. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gucken wir uns mal an, was wir im Cypriot haben. Wir haben Language. Vier Mana, alle Kreaturen kriegen, das vier minus vier bis zum Ende des Zuges. Und wir zwei Stück. Da ist ein anderer Mystical Dispute, da ist ein anderer Mystical Dispute. Sehr cool. Uh, Test of Talents. Auch eine sehr starke Karte. Weil, äh, ist halt ein Search-Straction mit drin. Auch richtig cool gegen so Combo-Decks. Cry for Kanye sagt mir gar nichts. Alle Kreaturen kriegen, das zwei Exzellen, alle Karten und Frieden auf die. Hä? Okay. Okay. Goblanks, Discard-Spell. Kein Thoughts, es klingt zu dust. Und Duress. Kein Thoughts, es klingt zu dust. Klingt, du hast eine sehr gute Karte. Duress wird im Legacy auch gespielt. Goblank nicht. Aber das wirkt für mich nach einem sehr, sehr, sehr soliden Deck. Also, ihr könnt mich gerne in den Kommentaren bestätigen oder, oder denyen. Dafür, dass das eigentlich kein Metadeck ist, wirkt es doch, als wären hier einige sehr, sehr, sehr starke Karten drin. Muss man einfach sagen. Und, äh, ja. Könnt eure Meinung gerne teilen. Ich finde das Deck wirklich cool. Bin sogar müllig, ob ich es mir selber hole. Einfach nur, weil der Value davon echt nicht schlecht ist. Wenn man es günstig bekommt. Krass. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ja, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und, ähm, mir einen Kommentar da lassen, was ihr von dem Deck haltet. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dann, wie ihr euch in den Neublech seht. Ciao, ciao.